Der Goldenen Schuss Heute geht es um 5.500, daran sehen Sie, es sind 500 dazugekommen und die Summe steht immer noch für Sie zur Verfügung. Auch heute wieder für Sie eine Quizaufgabe, nämlich in Form eines Films. Und unsere beiden Musiker Jürgen und Wolfgang haben sich wieder etwas für Sie einfallen lassen. Es geht nämlich darum, Verkehrsmittel herauszufinden. Alles, womit man irgendwie wohin fahren oder auch in welcher Form sich fortbewegen kann. So, diese Verkehrsmittel haben Sie logischerweise in ein paar Lieder verpackt, die es für Sie gilt zu erraten. Und die schauen wir uns jetzt an. Musik 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 So, das war's. Musik 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 um ihre Lösungen hier reinzubringen. Ich freue mich schon auf zwei Kandidaten. Die Dame, die sich im Hintergrund hören, das ist Samantha Fox und sie singt Nothing's Gonna Stop Me Now, Nichts hält mich auf. Dem ist wohl auch so, denn sie wird auch einige der von uns gesuchten Verkehrsmittel benutzen. Achten Sie mal drauf, ein kleiner Tipp vielleicht. Nothing's Gonna Stop Me Now, wenn ich wüsste, wo das gedreht wäre, ich wäre sofort da hingefahren. Haben Sie diesen Himmel gesehen? Aber jetzt möchte ich etwas hören, nämlich meine beiden Kandidaten. Wen darf ich denn begrüßen als erstes? Ja, guten Tag, hier ist Frau Doris Füchsle. Frau Füchsle. Ja. Frau Füchsle, von wo aus rufen Sie uns an? Aus Mannheim. Aus Mannheim. Frau Füchsle, Sie haben alles erkannt, was wir gesucht haben? Ja. Wollen wir mal schnell aufzählen? Die Bahn, Hochzeitskutche, Flugzeug und die. Ja bitte, ganz genau. Eisenbahn, Kutsche, Flugzeug, Schiff, das war es, was wir hören wollten. Sie bleiben auf jeden Fall da. Mein zweiter Kandidat, wer ist das? Herr Brehm aus Erfenbach. Herr Brehm. Auch Sie werden nachher dabei sein zum goldenen Schuss um 16.25 Uhr. Ja? Danke schön. Wunderbar, alles klar, dann sehen wir uns und hören wir uns bis dahin wieder. Meine Kollegin Irene Jöß sagt Ihnen, wie es weitergeht jetzt im Programm, in wenigen Sekunden. Und wir hören uns um 16.25. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, hoffentlich sind unsere Kandidaten im Raten ganz genauso gut. Im Raten sind sie so gut. Hoffentlich sind sie im Schießen ganz genauso gut, wie sie im Raten sind. Unsere Serien jedenfalls, die treffen immer ins Schwarze. Der Herr Brehm zum Beispiel aus Kaiserslautern. Hallo Herr Brehm. Hallo. Herr Brehm, Sie haben uns die richtige Lösung hereingegeben. Darf ich Sie mal fragen, was Sie beruflich machen? Ich bin also schon in Pension, zwei Jahre, war in der Lehrlingsausbildung tätig in Kaiserslautern. Im Raten haben wir eine Tür weg. Aber sagen Sie mal, ist es wirklich so, Herr Brehm, dass nun Pensionäre erst recht keine Zeit mehr haben? Oh doch. Doch, Sie haben Zeit. Ich habe noch Zeit. Sie nehmen sich auch mal Zeit für den goldenen Schuss. Alles Einteilung. Das ist alles Einteilungssache, so ist es. Herr Brehm, Sie bleiben bitte dabei. Okay, denn jetzt ist meine zweite Kandidatin dran, und das ist Frau Doris Füchsle aus Mannheim. Ja, guten Tag. Frau Füchsle, auch bei Ihnen die Frage, was machen Sie beruflich? Ich bin Hausfrau. Sie sind Hausfrau, da hat man gerade genügend zu tun. Haben Sie Kinder? Ja. Ja, wie viel? Erzählen Sie uns. Drei, aber einer ist schon aus dem Haus. Einer ist schon aus dem Haus? Ja. Na ja, große Kinder, große Sorgen, sagt man im Allgemeinen, ne? Ja. Frau Füchsle, meine Frage, führen Sie eigentlich Haushaltsbuch oder sowas? Nein. Machen Sie nicht? Nein. Ja, ich habe mal gehört, es würde auch nichts bringen, weil wenn man das aufschreibt, seine Ausgaben, lebt man trotzdem meistens drüber über das Budget, aber dann hat man es mindestens schriftlich. Frau Füchsle, ich habe den kleinen Hauptkandidaten für Sie einstecken, das ist nämlich der Bolzen. Wollen wir es denn wagen? Ja. Ja, denn bei uns heißt es Ladies First in Sat. 1, ganz klar, und darum sind Sie jetzt auch gleich dran. Gut. Sie bekommen jetzt eingeblendet auf Ihrem Bildschirm die schwarz-weiß gehaltene Zielscheibe, und Sie sehen rechts unten das Ringkorn, und dieses Ringkorn sollen Sie mit deutlichen Anweisungen innerhalb von 20 Sekunden ins Ziel lenken, rauf, rauf, runter, rechts, links, geht auch langsam, ja, und schnell rechts oder so, wie Sie es haben wollen, und dann innerhalb von 20 Sekunden natürlich nicht vergessen, Schuss zu sagen, das ist wichtig. Der Bolzen ist beim Jörg, er spannt die Armbrust, legt den Bolzen für Sie ein, kommt da wieder dieser unnachahmliche Strich drüber, so, und ab jetzt, nicht vergessen, innerhalb von 20 Sekunden Schuss. Okay, Frau Füchsle? Ja. Da wollen wir jetzt loslegen. Ab jetzt für Sie. Viel Glück. Danke. Hoch. Stopp. Rechts. Äh, links. Oh, Entschuldigung, links. Stopp. Langsam rechts. Stopp. Etwas hoch, langsam. Stopp. Durch. Tja, das kam leider zu spät, Frau Füchsle. Innerhalb 20 Sekunden hätten Sie Schuss sagen müssen, dann kam der Gong und dann sagten Sie Schuss. Jetzt müssen wir den Sicherheitsschuss auslösen, denn, so, dann können wir mal sehen, wo Sie hingetroffen hätten. 98. 98. Tja, es wäre eine 98. Ich weiß nicht, wer es aus dem Hintergrund gesagt hat, aber das stimmt. Ja. Dann muss ich mich leider jetzt von Frau Füchsle verabschieden, aber bleiben Sie bitte noch dabei. Ich will nämlich nicht hoffen, dass es dem Herrn Brehm genauso geht. Herr Brehm, Sie sind mit dabei? Ja. Sie haben die Warnung gerade eben von Frau Füchsle bekommen. Ja, alles klar. Innerhalb 20 Sekunden heißt es nicht umsonst. Manchmal kann die Zeit auch sehr, sehr kurz sein. Die Armbrust ist gespannt. Der Bolzen liegt auch wieder für Sie. Und ab jetzt, toi toi toi, 20 Sekunden. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Stopp, rechts, 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 rechts. Stopp, ganz links, 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 links. Stopp, tiefer, bisschen tiefer. Stopp, höher, höher. Stopp, Schuss. Das war aber nun wirklich in allerletzter Sekunde. Das war nun wirklich in allerletzter Sekunde, das muss ich schon sagen. Und es ist eine 96 geworden, aber die galt natürlich, Herr Brehm, denn Sie haben innerhalb der Zeit, zwar knapp, aber innerhalb der Zeit geschossen. Damit heißt es, Walter Brehm aus der Nähe von Kaiserslautern macht bei uns in Sat.1 den goldenen Schuss. Dazu muss ich natürlich wie immer erstmal unser Beutelchen hier abhängen. So, und das muss ganz genau hier eingependelt werden. Es hängt genau im Zentrum. So, auch jetzt die gleiche Prozedur wie eben. Ich darf Ihnen viel Glück wünschen, 5.500 Mark, wie eine ganz nette Aufbereitung noch für die Pension. Ich glaube, die Familie bibbert jetzt schon mit bei Herrn Brehm. Eingelegt ist der Golzen und ab jetzt, toi, 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 befreien Sie uns doch mal von dem Geld, Herr Brehm. Das hat leider nicht sollen sein. Auch Sie waren leider diesmal über die Zeit und das beim goldenen Schuss. Herr Brehm, nehmen Sie es nicht zu tragisch, wir müssen jetzt auch wieder den Sicherheitsschuss auslösen, das tut er noch schnell. Und Sie sehen, der Beutel, er hängt noch, er hängt noch. Es ist eine angeknabberte 100 geworden. Tut mir leid für Sie, morgen heißt es dann 6.000 Mark beim goldenen Schuss in Sat.1. Und ich hoffe, dass Sie sich zum Qualifikationsspielen um 5 Minuten vor 3 wieder einschalten. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Auf Wiederschauen. Tja, morgen gibt es Ihnen wieder den goldenen Schuss, dann geht es um 6.000 Mark. Ich drücke Ihnen die Daumen, vielleicht sind Sie dabei und geben Ihnen ab und treffen ins Schwarze. Ich drücke Ihnen die Daumen, vielleicht sind Sie dabei und geben Ihnen die Daumen. Ich drücke Ihnen die Daumen, vielleicht sind Sie dabei und geben Ihnen die Daumen.